So liebe ich meinen Job. Junge, Junge, Junge. Zuerst machst du 5 Schüsse, danach ich. Ich würde sagen, lass die Bestwinnen gewinnen. Also mich. Also ich. Also mich. Ich. Ja komm, fang an. So, hallo zu Kickbox. Ich bin hier beim ersten FSV Mainz 05. Und ich treffe euch heute mit Brusinski. Servus, wie geht's dir? Alles gut? Bei dir? Alles gut? Ja, ja. Sehr geil, sehr geil. Bro, wir haben heute richtig geile Sachen. Ich würde sagen, du machst dich ein bisschen fit. Und dann sehen wir uns bei der ersten Challenge. Okay, gut. Let's go. Du bist Profi Feldspieler. Ich bin YouTube Torhüter. Gut. Ich würde sagen, wir starten die erste Challenge. Okay. Wir machen quasi, ja, das Tor ins Tor geht. Sprich, ich schieße auf dich, du schiehst auf mich. Wir wechseln ab. Bist du ready? Ich bin ready. Let's go. Ich geh jetzt euch ins Tor, okay? So, erst machst du fünf Schüsse, danach ich. Ich würde sagen, lass die Bestwinnen gewinnen. Also mich. Also ich. Also mich. Ich. Ja komm, fang an. Zwei Mal. Zwei Mal. Du kannst, das ist ein reicher. Zweiter. Let's go! So. Fürs Selbstvertrauen, ja. Okay, jetzt Konzentration, ich bin mal ganz leise. Irgend in das Auge. Der hat so viel Glück. So liebe ich meinen Job. Junge, Junge, Junge. Come on, come on. Ich sehe noch gar nichts von dir. Der ist konzentriert. Ey, der war ja sowas von mit Glück, also wow. Okay Daniel, ich würde sagen, jetzt gehst du ins Tor. Hast du Erfahrung im Tor? Bist du ab und zu im Training im Tor? Ja, ab und zu nach. Nach dem Training? Also gewollt oder als Strafe? Nein, schon gewollt. Die Jungs schießen dann nochmal auf die Hütte. Oder schießen ein paar Elfmeter. Trainer hat das im Training nicht so gern, glaube ich. Deswegen gehen wir nach dem Training. Ja, schon als Stier. Vielleicht ins Gefahr und so weiter. Ja, das auf jeden Fall. Bist du eher einer, der fliegt oder mit Füßen? Eigentlich bin ich so mit Füßen, aber wenn ich fliegen muss, dann kann ich auch schon machen. Aber bei dir reichen ja Füße, glaube ich. Ich glaube nicht. Nein? Nee, flieg lieber. Das sehen wir gleich. Aber die stehen dir. Are you ready? Ja. Daniel? Unhaltbar. Daniel? Unhaltbar. Ich höre dich nicht mehr. Hallo? Und der zweite. Hinterher. Oh, durch die Beine fast. Da brauche ich mich eigentlich nicht bewegen. Ja, ich habe es gesehen. Du warst da irgendwie ganz, ganz unten, mein Freund. Wow. Du zitterst, mein Freund. Du zitterst. Vor was? Ja, jetzt siehst du. Deine Beine machen Samba. Ja, ich muss ja warm bleiben, oder? Der ist drin. Der ist drin. Ey, ich habe genauso schlecht geschossen wie du, mein Freund. Das stimmt. Ich mache jetzt den ganz seitlichen. Okay, ready? Ja. To lose. Ich bin so schlecht. Mir fehlt diese Erfahrung. Daniel, Bruder. Ich will jetzt nicht sagen, dass du gut warst, ne? War ein bisschen viel Glück dabei. Glück gehört aber dazu, oder? Ja. Haben wir gewonnen und das zählt. Leider Gottes. So, Frage 1. Warst du schon immer für die gute Laune im Team zuständig? Auf jeden Fall. Wann hast du das letzte Mal geweint? Nach einem Bienenstich. Was magst du gar nicht am Fußball? Laufen. Kenn ich. Ich auch. Playstation oder Schach? Ganz klar Playstation. Kenn ich auch. Welchen Körperteil würdest du gerne Photoshoppen? So an dir dran. Mein Bauch. Echt? Was ist die dritte Wurzel aus 8? 2. Fühlst du dich manchmal als alter Sack? Ja, auf jeden Fall. Wie kriegt man dich auf 180? Wenn man mich anlügt. Deine wichtigste App im Smartphone? Instagram. Jawoll. Ein Geruch, den du eklig findest? Ehrlich jetzt? Ganz ehrlich, komm. Hau raus. Furz von anderen Leuten. Oh Mann, so geil. Das war mal gelogen. Wie hart ist eine Ersatzbank? Zu hart. Also weil ich immer spielen will. Ganz einfach. Und ich setze mich nicht gerne auf die Bank. Das ist schon so ein Traum. Ja, ein seelischer Schmerz. Welchen anderen Sportler bewunderst du? Also dich nicht. Ja krass. Usain Bolt. Usain Bolt. Das ist mein Bruder. Okay. Blond oder schwarz? Schwarz. Was war der böseste Kommentar über dich? Dass ich hässlich bin. Wer wartet? Ich weiß nicht mehr genau. Nein, aber ich glaube in der Mannschaft. Danny. Danny Latzer. Einfach so. Danny Latzer, der haut öfters einen über mich raus. Jetzt kommt, wieso machst du Hüte? Ich weiß nicht. Es war ja zufällig im Miami-Urlaub und hab einen anprobiert. Und dann? Und wie lieber auf den ersten Blick und seitdem zieh ich öfters mal einen Hut auf. Krieg da auch von dem einen oder anderen einen Spruch gedrückt, aber ist mir relativ egal. Ja. Okay. Und ihr Leute, könnt ihr jetzt die Kickbox abonnieren auf Instagram und auf YouTube. Und jetzt mit ihm das nächste Video. Mal schauen, wer dort gewinnen wird, ne? So Bruder. Ich hab gehört, du bist irgendwie der beste Tischtenningspieler in Mainz. Also, schauen wir mal. Ich würde sagen, nach dem Spiel nicht mehr. Ich fang so. Pass auf. Boom. Der war aus. Niemals. Der war aus. Und? Dein Instagram heißt wie? DanielProsinski18. Auch abonnieren. Tschau.